Ja, liebe Follower, es ist Karnevalssonntag, wir stehen hier in Düsseldorf an der Henkelstraße, hinter uns eine Shell-Tankstelle und wir stehen davor und es gibt frische Bratwürstchen heute hier mit Daniel und seinen Couparen. Brötchen haben wir auch dazu, lecker Senf. Hinter uns sind ein paar Mädels, sie haben Spaß daran, wir sind live dabei, Karnevalssonntag, 14 Uhr ein paar zerquetschte und wir sehen uns, bis dann. Wenn euch der Beitrag gefällt, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da, ihr dürft den Beitrag auch gerne weiter teilen. Bis dann, macht's gut, ciao.